Ein maximales Willkommen zurück wünsche ich euch hier zu einer neuen Folge Minecraft. In der letzten Folge haben wir ja die wunderschönen Diamanten gefunden, die wir jetzt übrigens auch mal wieder einsortieren sollten in unsere wunderschönen, ebenso wunderschönen Rucksack. 16 Diamanten kommen natürlich da oben rein, die Eimer brauchen wir auch nicht, die ganzen Bruchsteine können wir später sehr gut gebrauchen. Oh, hier nochmal die Schallplatten, Redstone brauchen wir genauso wenig erstmal. So den Rest, die Cola, das Eisen, so den Rest brauchen wir aber sehr wohl. Okay, dann kommen hier erstmal ganz los hier die Rucksäcke hin. Zack, hier ist eine Axt, keine Ahnung, ob wir die brauchen können. Ich habe natürlich jetzt kein Holz mehr für eine Workbench, ich Idiot, aber was soll's. Passt erstmal, bedeutet wir können weitermachen. Genau, das hier war die Glücksspitzhacke. Ich würde aber ganz gerne die Eisenspitzhacke einmal ganz kurz kaputt machen. Auch wenn das jetzt ein bisschen länger dauert, aber ich mag das einfach nicht. Nehmt erstens mal Platz weg und ihr wisst das ja so verschwenderungsmäßig in Minecraft, und auch generell, allgemein, im Leben. Das muss ja wirklich nicht sein. Oh, da ist der Lavasee. Okay, hier geht's dann weiter. Oder können wir da einmal reinschauen? Da ist Kohle überall, aber ich sehe da keine Diamanten geradezu. Oh, hier geht's auch nochmal weiter. Okay, da scheint eine Hügel zu sein. Oh, die arme Fledermaus gerade umgebracht durchs Feuer. Ja, eine Schweigeminute bitte für die Fledermaus. Dankeschön. Ja, geil. Und da ist direkt die Spitzhacke kaputt gegangen und wir haben direkt Diamanten gefunden. Also ich muss sagen, gerade läuft's bei uns, ne? So, jetzt nochmal. Das ist die richtige. Wenn du halt zwei verzaubert hast, dann ist es halt nicht ganz so geil. Einer. Oh, drei. Und nochmal zwei. Ja, geil. Oh, wunderschöne Diamanten. Weil ich glaube, das erste, wie gesagt, das für das Diamantmann wird nicht Werkzeug sein, sondern wird, oh, da oben ist noch einer, wird, ähm, wirklich Rüstung sein. Geil, wie viel ist denn hier? Boah, ich würde sagen, geile Ausbeute. Elf Diamanten, ne? Wunder, wunderbar ist das. Geilo. Da freue ich mich immer wie ein kleines Kind. Äh, weil, ja genau, dann sind wir einfach gewidmet. Dann werden wir die auch schön verzaubern auf Level 30 jeweils immer. Wir haben ja jetzt schon wieder sehr, sehr schöne, viele Level. Bedeutet, da ist das dann auch nicht ganz so schlimm. So, ich möchte eigentlich ganz gern, ich möchte mich hier ganz gern vorbeischleichen, wenn das denn möglich wäre. Weg von den ganzen Kiessteinen oder Kieselsteinen oder Gravel halt, wie man das auch immer jetzt nennen mag. So, Redstone bringt gut Level. Wunderbar. Und dann geht's hier jetzt wieder weiter. Bloß aufpassen, dass wir nicht in Lava fallen, weil jetzt in Lava See zu fallen, das wäre das, oh, da fällt mir grad was ein. Sag mal, hab ich mal, alter, wir haben den Gott, jetzt erst mal gucken, wo wir den Wassereimer hingepackt haben. Hier ist er nicht drin. Hier kann es sein, dass ich den kann das sein, dass ich da einen Eimer, äh, Wasser verloren hab. Hier ist er auch nicht. Ja, kann gut sein. Okay, dann müssen wir schnellstmöglich Wasser finden, also spätestens jetzt. Wir können uns nicht löschen, wenn wir jetzt irgendwo reinfallen. Oh, nee, das ist, das ist jetzt ein bisschen ungeil. Generell, wir haben auch keine Fackel mehr. Scheiße, wir haben auch kein Holz mehr. Okay, bedeutet, wir werden demnächst zurückgehen dann. Ist auch erst mal das Beste, um die ganze Sache zu safen. So, dann ein bisschen sparsamer jetzt umgehen mit den Fackeln. Ist das die richtige nochmal? Ich schaue lieber immer noch hundertmal. Ist irgendwo wieder Lava? So, ich sehe jetzt aber gerade zumindest mal noch nichts. So, und ich hab dich schon wieder an den Stein gesetzt, verdammt. Du sollst da hin. Dankeschön. Diamanten, nein. Diamanten, nein. Okay. Ja gut, dann willst du die vollgenommen auf die Heimreise gehen, dann haben wir auch erst mal sowas von viel geschafft. So, jetzt gerade wieder ein bisschen dunkel, ich mach mal kurz an. Hier ist wieder Redstone. Diamanten, ne? Diamanten. Ich glaube, es könnte sogar schon für eine komplette Diamantrüstung reichen. Ja locker, muss ja eigentlich. Also es wäre irgendwie blöd, wenn es nicht der Fall wäre. Wir haben ja auch noch daheim ein paar rumliegen. Ja, ja, das reicht locker. Ja, sehr geil. Dann können wir Stück für Stück auf Schutz und sowas da zaubern. Dann sind wir wirklich sehr, sehr gut gewappnet. Falls uns irgendwas angreifen sollte oder so. Egal in welcher Situation. Egal in welcher Lebenssituation. Eine Diamantrüstung ist das Beste, was du dir holen kannst. Sprach schon meine Oma zu mir. Als ich noch ein kleiner Hosenscheiß am NPC-Dorf war. Ja, ne? Sieht so aus. Vielleicht, als ob unsere Glücksträhne gerade abgeschrissen ist. Ich bin aber auch gerade auf 10 und nicht auf 11. So, komm schon. Jetzt vielleicht gerade, wenn ich jetzt wieder auf 11 gegangen bin, irgendwie, dass es mir was hilft. Oh, da vorne ist Licht. Licht, Kamera, Action. Das war halt immer so eine Serie, die dann mal losging. Licht, Kamera, Action. Hm, weiß ich gerade gar nicht, wie die hier hieß. Ach, Quatsch. Guck mal an. Hier waren wir schon. Hier waren wir einfach schon, Freunde. Gut, die Kohle nehmen wir natürlich mit. Zack. Ja gut, dann würde ich sagen, das war ein Zeichen, jetzt einmal nach Hause zu gehen. Dann machen wir einmal den Weg an. Nach Neigen, Neigen. Neigen, Neigen. Ähm, wir müssen nach da. 126 Meter ist das gerade mal weg. Ähm, wir gehen da mal hin, so weit wie es geht. Und dann kramen wir uns einfach irgendwie nach oben. Oder ist das hier schon die? Ach, guck mal, hier ist ja schon die Schlucht. Hier müsste dann theoretisch auch irgendwo unser Aufstieg sein. Wo wir schon mal... Dann waren wir ja gerade nicht so krass weg, wie ich gedacht habe erst mal. Ähm, die Frage ist jetzt nur, wo war das hier? Oder war das er da drüben? Oder er da? Ne, er da vorne, ne? Äh, habe ich da gerade jemand gesehen? Nein? Okay. Hier ging... Ging das hier nicht irgendwo rein? Bin ich jetzt schon dann vorbeigelaufen und ihr habt es gesehen? Oder... Äh... Hä? War das nicht hier? Irgendwo hier, ich bin mir sicher, haben wir uns mal nach oben gekraben. Ja, hier rauszukommen, ist natürlich dann die eine Sache, ne? Hier reinzukommen ist die eine Sache, aber rauszukommen, ist es dann noch mal ein bisschen schwieriger. Okay, gehen wir einfach mal hier nach oben, immer weiter nach oben einfach. Kann ja so blöd mal nicht sein, würde ich mal behaupten, ne? So, ist ja auch irgendwie in der Wüste so, wenn du in der Wüste bist, du musst irgendwie nach 100 Metern oder so immer einen Schritt nach rechts rum, weil du dich sonst immer wieder im Kreis, äh, verlaufen würdest. Ich bin gerade irgendwie viel zu spät erschrocken, das war gerade voll witzig, so. Ich fahre runter, ich raffe zuerst sogar nicht so, und dann bin ich so, wow, fuck. Hab gedacht, unser letzter Stündlein hat geschlagen. Okay, du kommst auch noch mit. Dankeschön. War das drunter jetzt noch welche? Nö, okay. Ähm, das hier weg. Hier auch noch welche. Hier auch. Ah, ich kann es einfach nicht lassen. Ich gib's zu. Leute, ich habe ein ernstzunehmendes Problem. Ich bin Kohlesüchtig. So, war das hier sogar unser Aufstieg? Ähm, ähm, ich erinnere mich hier dran. Ich erinnere mich hier sogar dran. Ich glaube, hier geht's sogar, oh, wir können nicht mehr sprinten. Ich glaube, hier geht's sogar irgendwie zurück. Ach, aber wisst ihr was, wir machen das jetzt mal ganz einfach. Wir kramen uns jetzt hier einfach mal nach oben, weil ich glaube, wir werden hier in diese Höhle eh nicht mehr zurückkommen. Also schon bestimmt mal, aber jetzt zumindest mal nicht so schnell in geraumer Zeit. Na, weil wir haben jetzt echt sehr, sehr viele Ressourcen. So, warte, ich mache Licht. Zack. So, wir sollten jetzt nicht zu tief sein. Wir sind jetzt, ja, wir sind ja für 62, hallo, das ist mehr als machbar, beziehungsweise wir werden mehr als schnell oben wieder sein. Zack. Oder auch nicht. Ich wiederhole mich, wir werden schneller als gedacht wieder oben sein. Das müsst ihr mir glauben, Freunde. Ja, seht ihr, da kommt sogar schon welche. Eigentlich habe ich gedacht, dass ich den Gag jetzt nochmal bringen kann, so, dass es dann nochmal Steine wären. also halt total unwitzig, so wie ihr es halt von mir gewohnt seid. Ähm, jetzt konnte ich, und hier stirbt gerade ein Skelett. Ist denn schon wieder Nacht, oder was? Ah, ne, ist es wenigstens hell? Oder wird es gerade dunkel? Ja, so wird man gerne begrüßt. Oh Gott, jetzt bloß nicht sterben. Oh Gott, 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 ich möchte gerne nach Hause, bitte, es ist gerade hell geworden. Immerhin ein bisschen mal gute Neuigkeiten, und man kommt nicht nur im Dunkeln heim. Und wir müssen uns ja auch eigentlich mal eine Tür reinmaulen, wir müssen uns auch eigentlich mal Schafe besorgen, dass wir auch eigentlich mal weitermachen können. Verdammt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, du lässt uns bitte in Ruhe. So, hier einmal komplett zumachen, können wir noch schlafen? wir können nicht mehr schlafen. Mann, der Creeper soll sterben. Guck mal, da wie letztes Mal, wo er explodiert ist. Ich sehe dich genau, Kollege. Ja, und jetzt chillt er da hinten, oder was will er mich verarschen? Ich bringe ihn jetzt so um. Stirb, 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 danke. Uncool. Richtig uncool, einfach nur von dir. Oh Gott, wir haben so viel Zeugs. Was wir jetzt einfach mal, Moment, ich packe mir mal alle Rucksäcke kurz mal in die Inventarleiste. Wie viel haben wir denn eigentlich noch von unserer Rüstung? Okay, ist alles eigentlich gleich am Arsch. Okay, das ganze Zeug, was jetzt mal nicht geschmolzen werden muss, packe ich mal ganz kurz da rein. So, das müssen wir dann auch in den nächsten Folgen ein bisschen Aufräumarbeiten leisten. So, das muss geschmolzen werden. Was war denn das? Achso, ich stehe genau. Das ist natürlich sehr schlau. So. Äh, nicht Map. Kacke, wollte ich doch gar nicht. Ich wollte hier reingucken. War hier noch was? Ne. Hier ist auch nichts zum Schmelzen. Hier ist was zum Schmelzen. Und da sind auch die 16 Diamanten drin. Und hier ist ganz schön viel noch zum Schmelzen. Wie viel Eisen wir dann haben, ist ja sehr geil. Okay, die Kohle sollte ich mal vielleicht ganz kurz hier mitnehmen, dass wir mal hier wieder reinmannen können. Einmal hier rein mit dir, einmal rein mit dir. Äh, einmal rein mit dir, einmal rein mit dir. Einmal rein mit dir, einmal rein mit dir. Und das Gold. Ja, müssen uns eigentlich theoretisch mehr Öfen mal machen. Okay, dann sortieren wir erstmal hier wirklich immer alles rein, was so geht. Beziehungsweise, ich hole erstmal das ganze Zeug aus meinen Rucksäcken mal in mein Inventory. So. So. Also, der ist leer. Der ist leer. Da kommt ein Zombie, ich höre es. Pass auf. Hi. Und jetzt wird er nämlich sterben und wir kriegen Erfahrung. Achtung. Oh, Jack. Mann, jetzt, will ich mich verarschen, wie lange überlebt der denn? Ich meine, ich hau ihn hier mit meinem Supertoll noch. Warum habe ich dir mein Schwert weggelegt? Ich Idiot. Ich Idiot, Idiot, ich Idiot, ich Idiot, oh, 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 fuck, der macht ja voll gut Damage. Oh, Mann. Nicht sterben. Äh, jetzt, Alter, dieser kleine Kackzombie, ey. Was ging denn bei dem gerade schief, ey? Ich hätte mein Schwert nicht wegpacken sollen. Ich gebe es dir zu. Mann, das war jetzt gerade uncool. So, das ganze Zeug kann man da wieder rein. So, ich denke, ich werde das auch Offscreen sortieren oder, ich weiß nicht, wüsste was, schreibt mir das mal in die Kommentare, ob ich das Offscreen sortieren soll oder nicht, aber ich denke mal, ich gehe mal davon aus, dass ihr das Offscreen auch lieber sehen wollt. So, hier die ganzen schönen Diamanten natürlichen, das ganze Stein auch sehr geil. Oh ja, wir haben so viele schöne, und vor allem, wir haben auch eine Diamanten-Pferderüstung bekommen, das ist ja auch sehr geil. Oh, äh, einmal hier so rein. Einfach erstmal, wie gesagt, kurz die Dinger zu machen. das schwert nicht nochmal. Daraus haben wir jetzt gelernt. So, jetzt sind nämlich die Rucksäcke auch mal leer. Zack, 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 und wir haben 20 Diamanten. 31 Diamanten haben wir, ja, ist das geil oder ist das geil? Wunderbar ist das. Ah, guck mal, hier haben wir noch Gold. Äh, habe ich jetzt das ganze Gold hier reingepackt? Bin ich blöd? Ich bin sehr blöd wahrscheinlich. Ach, das war das Gold. Ja, das war das Gold. Ich bin mal wieder ein kleines Schlaule, nicht. So, wir können uns jetzt mal ganz kurz ein paar neue Öfen machen. Wir haben ja so viel Steine. Das brauchen wir noch ein bisschen Kohle dann. Zack. Dann machen wir mal ganz kurz nochmal zwei neue. Man gönnt sich ja sonst nichts. So, Ofen, einfach mal, nein, eins und, ja, zwei. Einmal und einmal und gut, der ist jetzt drin, der war vielleicht ein bisschen unnötig, aber was soll's. Oh, da vorne kommt schon wieder der nächste Kollege. Hallo und tschüss. Oh, ich sollte jetzt wirklich mal was essen. Dann gehen wir als nächstes, Alter, die Musik geht mir grad ein bisschen tierisch auf den Sack, ne? So. Dankeschön. So, äh, passt sogar irgendwie. Äh, wo ist denn die Steinax, wo wir dabei hatten, wo schon fast am Arsch war? Sag mal, willst du mich verarschen? Wir sollten da vorne unbedingt mal zumachen. Da. Übrigens ist Level 28 ja schon wieder, das fällt mir jetzt erst auf, wie krass. Wir fahren dann auch mal das Zuckerrohr ab und vermehren dann auch unbedingt endlich mal unsere, unsere Hühner. So, ich bin einfach mal sehr gespannt eben, wie es sein wird. So, 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 ha, okay, wisst ihr was? Das Ganze machen wir alles in der morgigen Folge dann. Ich hoffe, euch hat's gefallen und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. 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 Untertitelung des ZDF, 2020